So, da sind wir wieder. Ich weiß, das ist ziemlich komisch nach Part 14 Plätze einfach so in der Pampa. Gewöhnt euch dran, nein. Ich brauche ein bisschen Holz, deswegen bin ich hierher gewandert. Aber es ist erst ein Baum gewachsen, von daher scheiße. Ähm, ja. Nachdem ich Part 40 aufgenommen hatte, habe ich hier dann gecuttet, beziehungsweise Aufnahme abgebrochen, weil ich weg musste. Dann habe ich ein bisschen an Minecraft rumgespielt und dann stand ich hier und dachte mir, ja, dann fange ich hier einfach an und bau dann den Baum ab. Ne? Und so voll fiese... Wie ne? Ah, ja, ja, er hat nur... So voll fiese Kommentare waren da wie, bau die Wege breiter. Nein. Ich möchte sie nicht weiterbauen, äh, breiter bauen. Ich finde sie so gut. Und ich finde die Fackel, die ich setze auch so gut, wenn sie einfach so in der Pampa steht. Klingt zwar dumm, aber ich finde es okay. Ich finde es okay. Und deswegen möchte ich es einfach ungerne, naja, wie soll ich es sagen, ändern. Ähm, ich brauche Holz, aber ich möchte ungern meine Dekobäume abbauen. Ich sage da mal Dekobäume zu. Der kann einfach weg. Holz, Holz, Holz. Und der hier auch. Holz, 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 Holz. Gut, Holz, 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 ja, ein bisschen Holz, Job. Mehr Holz. Aus Holz bauen wir dann Sachen. Zu unserem Weg. Ich habe viele, viele bunte Ideen und bunte Smarties und alles Mögliche. Zu den Ideen habe ich bunte Smarties. Das wollte ich sagen. Erstmal bauen wir die kleine Brücke zu Ende. Wobei ich hier fliegen müsste bei einem kleinen Stückchen, was ich ungerne mich rumbauen möchte. Ist nur was kleines an der Brücke dann. Ähm, werde ich mir hoffentlich nicht böse nehmen, weil ich den Creative anmachen muss. Kurz. Um zu fliegen, weil ich keinen Flugmaier drin habe und so. Ich habe hier noch eine Idee. Man weiß ja nicht, vielleicht wird das hier ja alles voll Wasser auf einmal, ne. Naja, voll, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall viel Wasser. Ich brauche schon mal ein bisschen an... Naja, wie soll ich sagen? Stücke. Ähm, weg. Wo ist denn da? So, jetzt haben wir ein bisschen Zaun. Und den setzen wir natürlich hier am Rand. Ist ja irgendwie logisch. Das wird aber noch schöner gemacht. Viel schöner, viel, 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 viel schöner. So. Später aber. Lalalalalalalala. Äh, ich brauche hier noch mehr Zaun. Was ist das? Eine Blume. Ich dachte schon, das ist ein Hühnchen. Das wäre doof gewesen. Aber nur so ein bisschen. Ein, zwei, ein, machen wir mal jetzt zehn. Stecker. Blob, 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 blob. Blob, 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 blob. Blob, okay. Nein. 1 1 1 saunstück bäune soll ich auch größer werden mit viel mehr zaun das problem ist ich bräuchte dann viel mehr holz das soll nämlich hier so eine art gitter werden wer hätte das gedacht kohle 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 ich mache mir erst mal acht fackeln und zwar kommt dann da eine rein und da zwei drei vier fünf kommt da was hin das heißt da kommt dann neben die wacke von dort aus dann wieder so und hier 1 von dahinten muss ich das 1 2 3 4 5 das soll ja 1 3 4 5 wie mich das aufregt wie man mein kristin immer manchmal herumspackt und stehen bleibt einfach so von wegen ja arschkopf so ungefähr von dort muss er dann wieder 123 123 fackel fackel 123 fackel das sieht aber komisch aus was wäre denn da so dann wäre das 1 2 1 2 1 2 das würde eigentlich passen wenn ich das jetzt mal mit die setzen würde jetzt habe ich ja noch noch mehr fackel das fakt doch ab kohle habe ich hier nein 1 wie jetzt schon wieder seht ihr das ich habe ein standbild warum auch immer und ich habe euch kein plan woran das liegt das ist ja das problem also passt das eigentlich dann wenn er bis am wald liegt da hinten an dem an den dings eine ist ja das problem dass dann der shader mod nee das sind ja der arbeitsspeicher geht glaube ich da einfach zu hoch und irgendwann steckt ja immer weiter der arbeitsspeicher immer weiter und immer weiter gehört ja nicht aufzuladen und dann sagt glaube ich der arbeitsspeicher einfach einmal so ja tschüss ne fickt dich und dann bleibt einfach mal so stehen habe ich das gefühl ist so mein meine theorie ich glaube ich hier voll den unsinn aber es ist meine theorie jetzt bräuchte noch mehr holz damit ich da zwischenstellen was baumkorn dafür bräuchte viel mehr holz kannst weg so 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 zauern äh 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 1 2 2 1 2 2 heute kinder lernen wir zählen noch einmal muss ich das machen ich hoffe das reicht jetzt noch du es passt eigentlich so hätte ich hier so eine art brücke zum rüber gehen wenn ich jetzt eben kurz mein freund und helfer du dings fliegen an machen muss ich will nämlich unter der brücke hier ähm kleine pfeiler hier einfach so so hoch bauen und das wäre so scheiße zu bauen dann müsste ich so ganz komisch da rumkraxeln da hab ich echt keinen bock drauf ähm sieht immer komisch aus oder doch so sieht alles komisch aus ne ja creative modus wenn ich hier so basteln das ist dann ich lass die brücke sonst einfach so weil ich hab keine luste ja ich lass dir einfach so ich bin doch jetzt doof eigenartig hab ja nix quertif hatten wir nie an schon gut idee von weg gewischt hab noch mehr ideen aber naja eben schnell ein bett aufsuchen wie gut dass ich nachts hier alles ausgeleuchtet habe warte jetzt ich wollte schon sagen warum geht das nicht weiter was will ich denn jetzt ja dafür brauche ich aber what the fuck wie mache ich das denn das wird schwierig das wird hart dafür brauche ich denn wo habe ich die die habe ich wahrscheinlich drüben also nicht drüben sondern da in meinem anderen haus ich muss fließen ach das war es schon ähm ähm moment so habt ihr schon eier gelegt meine freunde keine eier mehr eier legen mehr eier legen mehr eier legen versteht mir das und ich brauche mehr hühne hühner das würde das problem lösen aber naja das wäre ja doof das wäre voll lange mal steine futter nein 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 aber ich müsste einen haben ich habe ihn noch im inventar ah fail und zwar ein eimer höh eimer ähm ich habe irgendwann am anfang ah hier da wird schon am anfang habe ich ja hier eisen drein gelögt noch mal zwei m extra tauschen wir mal eben und die schwimmen mit wasser und dann gehen wir wieder hoch wasser 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 vielen dank für die blumen hier hört der weg auf da seht ihr sie schon vom weinen und zwar will ich das ja ausnutzen dass da die brücke ist und da eine schlucht und die schlucht so tief reingeht wie so eine art coole da habe ich mir was überlegt und zwar überraschung sage ich nicht ich bin so fies oder ich bin so fies hohohohoho hallo und zu und so wie mache ich das dann am besten das wird heftig das müsste leider eine ebene sein ach du kacke das kann ich gar nicht machen es müsste hier eine ebene sein aber mein mein pfüftel gerade nicht glaubt mir das hilft mich genauso wie euch so viel erde habe ich glaube ich gar nicht ich müsste hier eine ebene machen um das zu machen und zwar ein gigant das würde aber cool aussehen egal mach ich halt ein klein was mach ich halt was kleines dahin das ist wind ich dachte schon jetzt gewittert es hier aber es sieht auch blöd aus wenn ich das einfach so mache ich bin gleich tot ne ich wollte hier das ist hier so ein riesiger wasserfall hinter dem ding wäre aber nein das kann ich nicht machen warum auch das wäre ja voll asozial sowas ist na gut plastersteine ok dann wechseln wir gegen die schaufel und bauen wir mal einen kleinen gießweg wieder ähm so in die richtung ja auf in die richtung so 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 das heißt ich bräuchte aber auch ein bisschen erde weil das sonst blöder aussieht wenn das ja so ist so schaufel schaufel bräuchte ich schaufel hab ich jetzt getauscht oder was woher bin ich doof wusste ich es ich habe es vergessen ah weil ich vorher die menschenbewurf genommen habe und da ist es hieß stell mal bitte auf peaceful und dann ist es auf peaceful und dann ist es hier auch auf peaceful und das vergesse ich immer wieder und dann ist es und wer ist es du wie ich oder das ist alle nein immer mit dem kiste geradeaus muss ich auch noch fackeln setzen oh gott weg schweinchen die 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 Bis zum nächsten Mal.